Wenn ihr der Superstar eures Webinars seid, dann solltet ihr doch auch mal in der Late-Night-Show sein, oder? Hier ist Frank von Cortexis. Heute der Johnny und die Joanie. Bei Johnny und Joanie ladet ihr zwei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer ein, durch die Session zu moderieren. Deren Aufgaben sind dann dabei, Inhalte anzumoderieren, Fragen zu sammeln und zu stellen, Pausen einzufordern. Das ist auch Arbeit für die Moderatorinnen und Moderatoren. Diese Arbeit hilft, die Veranstaltung etwas lockerer zu empfinden. Sie sorgt für andere Gesichter. Johnny und Joanie sind aber auch Verbindung des Publikums zu euch. Wie findet ihr ein Johnny oder eine Joanie? Schritt 1. Präsentiert das Konzept, macht die Aufgaben, klar. Schritt 2. Ladet ein, die Rolle zu übernehmen. Oder verlost die Rolle. Schritt 3. Bedankt euch am Ende jeder Sitzung für die gelungene Moderation. Eine einfache Methode, eure Webinare und Zoom-Calls abwechslungsreicher zu gestalten und auch sozialer. Und ihr habt auch noch das Gefühl, ihr wärt im Fernsehen. Das ist dieses alte Medium. Ihr erinnert euch? Schritt 3. Bedankt euch. Schritt 3. Bedankt euch. Schritt 3. Bedankt euch. Schritt 3. Bedankt euch.